Ja, hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation, dem Sucht, meinem Suchtspiel des Monats November 2014. Ich kann es auch einfach nicht lassen, ne? Das hier ist jetzt eine neue Aufnahme. Ähm, aber ich habe erst gestern aufgenommen und ich kann es einfach nicht lassen. Ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weiter und vor allem, wie es jetzt endlich mal ausgeht. Äh, bei YouTube ist es momentan, glaube ich, Folge 27 online und das hier müsste Folge 46, glaube ich, sein. Also ich bin schon ein Stück weit. So, und wir sollen der Torrance das Andocken ermöglichen. Wo müssen wir denn dafür hin? Da hinten hin? Okay, ich gehe davon aus, wir müssen hier raus. Müssen wir nicht? Müssen wir nicht. Die Nutzung der Luftschleuse wird ein Raum anzubildet. Jaja, ich will nicht in die Luftschleuse. Wir waren da letztes Mal erst draußen. Das war stinke langweilig. Rekord, halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von Ihnen. Oh, oh. Riccardo, Riccardo, hören Sie mich. Riccardo, bitte komm. Ist jetzt einfach nur der Funkverkehr abgebrochen oder ist der... ist er abgebrochen? Und wir wissen ja, wir haben 28 Millionen Aliens auf der Station. Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Ah. Und da ist das Spiel wieder zugetappt. Oh. Was geht denn da ab? Wer ist das da? Äh, das war wohl eine von hier von dem... Notfall-Situation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Anweisungen. Haha, nee. Lass mal. Stecken. Okay, es geht da hinten lang. Man sieht es nur ganz schlecht. Ach, das waren die Leute hier hinten in dem... Ach, guck mal. Da hinten sind wieder... Da sind noch mehr Leute. Wollen wir da noch ein bisschen zugucken? Holt euch ein bisschen Popcorn? Wie das Alien die alle auffrisst? Ich lasse die erstmal aus dem Weg räumen. Die schießen ja sonst auf mich. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Durch den Dampf sieht man das Alien nicht so gut. Aber da war doch eben eine Frau. Da war doch... Ich gucke mal nochmal schnell auf die Karte. Wo müssen wir denn grundsätzlich lang? Also wir müssen da durch diesen Raum durch hier. Und da hin. Okay, und ich glaube, es hat sich jetzt auf die Frau gestürzt. Aber ich sehe es jetzt nicht mehr. Äußerst ungünstig. Wir haben ja noch den Flammenwerfer. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so ewig viel Munition, ne? Oh, oh. Geh zu, Tür. Tür! Ach, da ist es. Ich habe das dumpfe Gefühl, es wird nicht weggehen. Geh weg. Geh weg, du dreckiges, stinkendes Alienmistvieh. Ah, ist noch gar nicht so lange her und ich bin schon am Fluchen. Ist doch toll. Okay, jetzt ist es da hinten. Okay, das wird hier nicht weggehen. Ich werde den Flammenwerfer wohl oder übel benutzen müssen. Das Problem ist, es ist furchtbar laut hier drin. Kann ich durch die Schächte gehen? Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Hi! Hau ab! Aua! Das tut doch weh! Das hätte ich, äh... Hätte ich voraussehen müssen. Ich möchte schnell ein Medkit nehmen. Und dann den Flammenwerfer wieder ausrüsten. Oh, ey, ehrlich jetzt? Wo? Da hinten. Nein! Hau ab! Hau ab! Okay. Das Dumme ist, es ist so laut hier und man hört das so schlecht. Okay. Sollen wir hier noch... Ach komm, wir scheißen jetzt auf Speichern. Wir gehen jetzt in den Aufzug. Bevor wir jetzt hier noch gespeichert hätten und das Vieh hätte uns während dem Speichern gefressen. Das wäre äußerst ungünstig. Ich hoffe, wir können am Ende des Aufzugs nochmal eine Runde speichern. Aber das halbe Schiff hier fliegt in die Luft. Und so wird das nicht sehr lustig. Und so kann man das Alien halt auch so schlecht hören. Aber hier ist es ruhig, okay. Hier ist es ruhig. Und ich laufe auch genau dahin, wo ich hin muss. Das finden wir gut. Äh? Äh? Wo? Wo? Shit, ey. Habt ihr das gehört? Das hat ganz schön laut gerumst. Aber das hat sich nicht so angehört, als wäre es rausgekommen, oder? Ach, scheiße. Oh nein, Riccardo. Ich höre es. Hat es mich jetzt gesehen? Was sollen wir denn jetzt machen? Finden sie einen Weg zum Solomons Habitat? Wie finde ich diesen Weg? Gibt es hier wieder lustige Geschenke? Ne. Schon offen. Okay, ich habe keinen Plan, wo wir lang gehen sollen. Ist gesperrt. Das kann man durchsuchen. Ich hätte gerne ein bisschen Flammenwerfer-Munition. Das fände ich total gut. Wie kommen wir denn jetzt dahin? Fahren sie die Schlepper-Plattformen unterhalb des Raumfahrt-Terminals aus, um zu Torrance zu gelangen. Ja, mhm. Ich hasse diese beschissene Wegesucherei, ne? Ah, gut. Okay, das Ding zeigt es mir wenigstens an. Okay, wir müssen da lang. Hau ab! Hau ab! Geh! Du sollst abhauen! Alter Finne! Okay, kann man... Können wir uns hier verstecken? Eventuell? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde mich gern verstecken. Das Vieh ist nämlich sauer. Können wir uns hier irgendwo verstecken? Die Musik hat Bugs. Geh! Die Musik hat Bugs. Gefahr ist nah. Okay, dann verstecke ich mich hier drin erstmal. und gucke, was passiert. Ist was da? Alien? Ja. Ich kann es hören. Ich weiß aber nicht wo. Jetzt ist es unten. Da ist es. Alien? Yep. Ich, äh... Halte S gedrückt. Ich bin zurück. Gelehnt. Hau ab. Hau ab! Geh weg! Ich meine, ich kann es ja abfackeln, aber... Okay, jetzt geht es da hinten lang. Es wäre mir sehr recht, wenn es nach oben gehen würde. Ah, shit, ey! Es patrouilliert. Ich glaube, das sucht mich. Aber es ist lustig, dass immer nur eins da ist, ne? Oh! Alter! Alter! Als... Alter, als könnte es mich hören. Habt ihr das gesehen? Einfach hier hochgerannt. Ich dachte schon, das rennt mir jetzt in den Schrank rein. Und zermatscht mich mit seinem dicken Schädel. Okay. Wir müssen nur darauf hören, ob es runterkommt. Nur darauf. Sonst ist alles gut. Nee, ist es nicht. Hier gibt es einfach zu viele Orte für das Alien. Das ist doch alles echt Mist. Echt Mist. Und wir haben hier eigentlich schon so gut wie alles eingesammelt. Okay. Wo sollen wir denn jetzt hin? Okay, einmal ganz hier lang und dann da rein. Ja, das war mir ja irgendwie fast klar. Okay, ich weiß, das ist dann immer ein bisschen langwierig, aber wir werden jetzt schleichen, auch wenn wir hier gar nicht lang können. Das ist total lustig. Scheiße. Wo? Da. Da ist es! Nein! Hau ab! Hau ab! Okay, ich würde mich jetzt gerne irgendwo verstecken. Furchtbar gern. Versteck mich! Ich glaube nicht, dass ich hier richtig laufe, oder? Nein! Hier ist noch Zeug. Oh, hier kann ich mich verstecken. Ich höre es nämlich. Ich höre es. Uh, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Sehr, sehr, sehr knapp. Uh! Wo ist es denn? Ich kann es nur zischen hören. Ich sehe es aber nicht. Alien? Da ist es. Oh Gott, geh weg. Oh Gott, geh weg. Oh, bitte, bitte, geh weg. Er geht weg. Aber wie weit ist er jetzt weg? Okay. Okay. Wie komme ich denn jetzt auf dem schnellsten Weg? Ich muss wieder hier lang. Ich muss wieder hier lang. Das kommt doch jetzt eh gleich nochmal runter. Da hinten. Na toll. Kann ich mich hier drin verstecken? Nein. Ich kann nur rückwärts laufen. Und hier reingehen. Von wo ich übrigens schon gekommen bin. Hau ab! Was? Wer ist denn noch hier? Alter! Wer ist denn noch hier? Bin ich? Jetzt laufe ich schon wieder falsch. Naja, ich laufe schon wieder falsch. Oh, das gibt es doch nicht. Jetzt gibt es ja auch noch Leute, die auf mich schießen. Geh weg! Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ich gehe jetzt mal hier rein. Hier da rein. Okay, es macht ihn platt. Und ich hoffe, es kommt jetzt nicht hier rein. Bitte nicht. Bitte nicht. Du hast mich hier nicht gesehen. Geh weg! Du hast mich hier nicht gesehen. Hau ab! Geh weg! Ich höre gar nichts. Ah! Ah! Oh, scheiße! Entschuldigung! Ich habe mich so erschreckt. Oh, es hat mich doch gehört. Oder gesehen. Oh, fuck. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Die wackelt so komisch, oder ist das hier das Schiff? Ich glaube, das ist das Schiff. Okay. Wir haben einfach nicht genug Flammenwerfer-Munition, um hier so two-show durchzurushen. Das ist halt ein bisschen blöd. Das ist halt echt ein bisschen blöd. Hi! Hau ab! Ey, dass man immer zwei Schuss braucht! Ey, das ist nicht dein Ernst, oder? Drei Schuss! Sehr geil! Drei Schuss! Das ist doch nicht den hier scheißernst. So, und ich hoffe, hier sieht mich jetzt keiner. Sieht mich hier jetzt einer? Komme ich hier überhaupt lang? Ich geh mal hier so lang. Ja, ich kann dann hier hinten wieder durch. Okay. Kann ich das? Wirklich? Oh oh. Oh oh. Wo ist es? Hinter mir kann es ja eigentlich nicht sein. Und wen schreit das da so ätzend an? Wo ist es denn? Das ist ganz nah. Aber wo? Ich glaube, das ist einfach nur da hinten in dem Tunnel. Oh kacke. Oh kacke. Nein! Ah! Dass der auch immer hier hochkommt! Der blöde Penner. Dass der auch immer hier hochkommt. Okay. Du hast es also hinter dir. Ich hätte lieber Flammenwerfer-Munition. Eine Revolver-Munition bringt mich jetzt hier nicht mehr so viel weiter. Okay, nun? Weiter geradeaus. Shit. Keine Ahnung wo. Keine Ahnung wo. rein da. Hui! Ich hoffe, das war der richtige Aufzug. Aber der lustige Bewegungsmelder hat ja hat ja gesagt. Da in die Richtung. Verstecken ist nur eine vorübergehende Lösung. Oh Gott, ey. Mann, 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 meine Nerven. Ach du Scheiße. Da sind Leute. Da gehe ich nicht raus. Da gehe ich nicht raus. Ich muss da raus, ne? Aber ich glaube, ihr Lieben, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Tschüss!